Am ersten, das ist, wo unser Offizierler war mit der Tortur, können wir sehen, das große Ort, hier haben viele Leute in dieser Tortur. Das ist, wo unser Offizierler war, hat die Tortur bekommen, aber viele Leute, die von Planen können, sollen Tortur bekommen und vielleicht in dieser Zukunft, wir glauben, das ist ein Museum und dort können ein Denkmal machen für diese Leute. Die Planung und Koninther brauchen die Rechtes Fiskal, darum wir machen viele Sachen und die Rechtes Fiskal, von den Koninther, von unseren Offizierler, und von unseren Offizierler, und von unseren Offizierler, die Wahlen, und die haben so kommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, meine Name ist die Analyse von Nörgla, für die Historie, für den Berichter und die Flucht der Historie. Wir sind in Córdoba, ein bisschen, noch wieder.